Heute geht es um ein Thema, das im vergangenen Jahr sowohl politisch als auch verfassungsrechtlich hochgradig umstritten und Gegenstand von zwei landesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen war, Paritätsgesetze. Dazu werden wir uns zunächst ansehen, was Paritätsgesetze regeln und uns dann der Frage widmen, ob sie verfassungsrechtlich zulässig sind. Hallo, ich heiße Andreas Kerkermeyer und bin wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Öffentliches Recht 1 von Professor Kemmerer hier an der Bucerius Law School in Hamburg. Was regeln Paritätsgesetze? Die Länder Brandenburg und Thüringen haben 2019 jeweils ein Paritätsgesetz verabschiedet. Mit beiden wird eine weitgehende Geschlechterparität in den Landesparlamenten angestrebt. Ziel ist also, dass die Landtage in Zukunft ungefähr hälftig mit Männern und Frauen besetzt sind. Dazu haben die Gesetzgeber in Thüringen und Brandenburg ihr Landeswahlrecht geändert. Wie bei der Wahl zum Deutschen Bundestag haben die Wählerinnen und Wähler bei den Wahlen zum jeweiligen Landtag zwei Stimmen. Mit der Erststimme werden die Direktkandidatinnen und Kandidaten eines Wahlkreises bestimmt. Gewählt ist hier, wer die relative Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht. Mit der Zweitstimme wird hingegen eine Landesliste gewählt, die von Parteien eingereicht wird. Hier gilt das Verhältniswahlrecht, das heißt über die Landesliste können allenfalls so viele Abgeordnete ins Parlament kommen, wie die Liste insgesamt an Stimmen erhält. Um den Anteil der Frauen im Parlament zu erhöhen, haben sowohl Thüringen als auch Brandenburg ein Reißverschlussmodell etabliert. Danach sind die Landeswahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. Steht also auf Listenplatz 1 eine Frau, ist der Listenplatz 2 mit einem Mann zu besetzen, der Listenplatz 3 wieder mit einer Frau und so geht es dann bis zum letzten Listenplatz weiter. Damit diese Regelungen in der Praxis nicht leer laufen, werden Verstöße gegen das Reißverschlussprinzip sanktioniert. Hier gehen Brandenburg und Thüringen unterschiedliche Wege. In Brandenburg wird die Liste zurückgewiesen, wenn es eine Partei nicht schafft, eine paritätisch besetzte Liste einzureichen. In Thüringen gestaltet sich die Rechtslage etwas anders. Werden hier nicht alle Wahllistenplätze paritätisch besetzt, ist die Liste teilweise zurückzuweisen. Die Wahlliste wird dann nur bis zu dem Listenplatz zugelassen, bis zu dem Geschlechterparität noch eingehalten wird. Während also Parteien in Brandenburg gar nicht zur Landtagswahl antreten dürfen, wenn sie keine paritätisch besetzte Liste aufstellen, wird in Thüringen die Liste nur insoweit zugelassen, wie Geschlechterparität gewahrt wird. Da das Bundesverfassungsgericht mittlerweile entschieden hat, dass es neben weiblich und männlich auch den Personenstand divers geben muss, war klar, dass auch Personen mit dem Personenstand divers nicht von den Wahllisten ausgeschlossen werden können. Deshalb wurde in Thüringen bestimmt, dass Personen mit dem Personenstand divers auf jeden Listenplatz gesetzt werden können. Der Listenplatz nach ihnen ist dann mit einem Mann zu besetzen, wenn auf dem Listenplatz vor der Person mit dem Personenstand divers eine Frau steht. Umgekehrt ist der Listenplatz nach der Person mit dem Personenstand divers mit einer Frau zu besetzen, sofern auf dem Listenplatz vor der Person mit dem Personenstand divers ein Mann steht. In Brandenburg gab es eine etwas komplizierte Regelung. Hier war vorgesehen, dass die Parteien zunächst eine Frauen- sowie eine Männerwahlliste aufstellen. Diese sollten dann in einem zweiten Schritt zu einer Landesliste zusammengeführt werden, die paritätisch zu besetzen war. Personen mit dem Personenstand divers war es freigestellt, sich auf die Männer- oder die Frauenwahllisten zu bewerben. Sie konnten also strategisch entscheiden, ob eine Kandidatur für die Männer- oder die Frauenwahlliste erfolgversprechender war. Sind Paritätsgesetze verfassungsrechtlich zulässig? Das Reichsverschlussmodell der Paritätsgesetze wirft im Wesentlichen drei verfassungsrechtliche Fragen auf. Erstens sehen die Landesverfassungen vor, dass die Wahlen zum Landtag frei, gleich, allgemein, unmittelbar und geheim erfolgen müssen. Das sind die sogenannten Wahlrechtsgrundsätze, deren Beachtung essentiell ist, da sie einen unverfälschten Ausdruck des Wählerwillens und eine freie Wahl sicherstellen sollen. Operationen am Wahlrecht sind immer Operationen am offenen Herzen der Demokratie. Deshalb überrascht es nicht, dass Verfassungsgerichte hier immer sehr genau hinschauen und bestrebt sind, Einschränkungen des demokratischen Prozesses so weit wie möglich zu verhindern. Zweitens muss auch die Chancengleichheit, Organisationsfreiheit und Programmfreiheit der Parteien beachtet werden. Diese findet sich so nicht in den Landesverfassungen, befinden sie aber in Artikel 21 Grundgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat bereits ganz am Anfang seiner Rechtsprechungstätigkeit entschieden, dass diese Bestimmung auch Teil des Landesverfassungsrechts ist. Damit können auch die Landesverfassungsgerichte sie zur Anwendung bringen. Und drittens wirft die Bevorzugung von Personen mit dem Personenstand divers die Frage auf, ob mit ihr eine auch nach dem Landesverfassungsrecht verbotene geschlechtsbezogene Diskriminierung verbunden ist. Zunächst zu den Wahlrechtsgrundsätzen. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof und das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg prüfen die Wahlgrundsätze durchaus unterschiedlich. Während der Thüringer Verfassungsgerichtshof sehr detailliert darlegt, dass durch die Paritätsregelung die aktive wie die passive Wahlgleichheit ebenso betroffen sei wie die aktive und passive Wahlfreiheit, begnügt sich das Brandenburger Verfassungsgericht mit der Prüfung der passiven Wahlgleichheit. Für beide Ansätze gibt es gute Gründe. Wichtig ist hier aber vor allem zu sehen, dass die Paritätsgesetze in die freie Aufstellung der Wahllisten durch die Parteien eingreifen und die Erfolgschancen der Parteimitglieder, die dem in der Partei überrepräsentierten Geschlecht angehören, schmälern. Konkret. Angenommen, es gibt eine Partei, in der Frauen deutlich überrepräsentiert sind. In diesem Fall hätten in der Partei Frauen aufgrund des Paritätsgesetzes eine deutlich geringere Chance auf einen Listenplatz als die männlichen Parteimitglieder. Gäbe es umgekehrt eine Partei, in der Frauen unterrepräsentiert sind, hätten in dieser Frauen eine deutlich höhere Chance auf einen Listenplatz als Männer. Die Paritätsgesetze wirken sich nicht nur auf die einzelnen Parteimitglieder und die Wählerinnen und Wähler aus, sondern auch auf die Parteien. Hier geht es um Fragen der Programmfreiheit, Betätigungsfreiheit und Chancengleichheit der Parteien. Dies wird vor allem dann virulent, wenn Parteien aufgrund ihrer Zusammensetzung nur in der Lage sind, relativ kurze Wahllisten aufzustellen. Außerdem kann man auch bereits die Vorgaben für die Aufstellung der Wahllisten selbst als einen Eingriff in die Betätigungs- und Programmfreiheit werten, weil die Parteien nicht länger komplett frei sind, wen sie in welcher Reihenfolge aufstellen möchten. Die Feststellung, dass ein Eingriff oder eine Beeinträchtigung verfassungsrechtlich geschützter Rechtsguter vorliegt, bedeutet noch nicht, dass diese verfassungswidrig wären. Vielmehr ist stets zu fragen, ob die Eingriffe verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden können. Das ist jedenfalls dann möglich, wenn andere Gründe von Verfassungsrang angeführt werden können, die für einen Eingriff sprechen, sogenanntes kollidierendes Verfassungsrecht. Sowohl die Landesverfassung des Freistaates Thüringen als auch des Landes Brandenburg enthalten Bestimmungen, die die tatsächliche Förderung von Frauen verpflichtend vorgeben. Die Verfassung des Freistaates Thüringen sagt uns in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2, Das Land, seine Gebietskörperschaften und andere Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durch geeignete Maßnahmen zu fördern und zu sichern. Und die Verfassung des Landes Brandenburgs bestimmt in Artikel 12 Absatz 3 Satz 2, Das Land ist verpflichtet, für die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung durch wirksame Maßnahmen zu sorgen. Diese Bestimmungen geben das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen vor. Die Gesetzgeber sind also nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, Maßnahmen zur tatsächlichen Gleichstellung zu ergreifen. Als sogenannte Staatszielbestimmung können sie deshalb Eingriffe in andere verfassungsrechtlich abgesicherte Rechtspositionen grundsätzlich legitimieren. In ihren Entscheidungen zum jeweiligen Paritätsgesetz beschäftigten sich beide Verfassungsgerichte intensiv mit der Frage, ob das jeweilige Förderungsgebot der Landesverfassung so verstanden werden muss, dass es auch die paritätische Quotierung von Wahllisten rechtfertigt. Dies wird im Ergebnis vom Brandenburger Verfassungsgericht einhellig verneint. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof lehnte mit 6 zu 3 Stimmen die Frage im Ergebnis ebenfalls ab. Die Gerichte argumentieren hier unterschiedlich, sie treiben indes wohl ähnliche Sorgen um. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof argumentiert im Wesentlichen historisch. Aus den Beratungen zur Thüringer Verfassung, die Anfang der 1990er Jahre stattfanden, sei es sichtlich, dass der verfassungsgebende Gesetzgeber keine paritätischen Quotierungen festschreiben wollte. Dieser Ansatz ist mit Fragen behaftet. Er bevorzugt die historische Auslegung gegenüber der teleologischen, ohne dies näher zu begründen. Zudem ist eine stark am Willen des Verfassungsgebers oder verfassungsändernden Gesetzgebers orientierte Auslegung der Verfassung anfällig für starre Interpretationen. Sie kann gesellschaftlichen Wandel, den es immer gibt, nur schwer verarbeiten. Einen anderen Ansatz verfolgt das Brandenburger Verfassungsgericht. Dieses argumentiert theologisch, fragt also nach dem Ziel der beiden hier miteinander in Einklang zu bringenden Verfassungsgrundsätze. Sein zentrales Argument lautet, dass das Demokratieprinzip eben keinen Anspruch einer Bevölkerungsgruppe verbürge, Zitat, proportional im Parlament repräsentiert zu werden, Zitat Ende. Das Gericht betont, dass die Verfassung von einem einheitlichen Legitimationssubjekt, dem Volk, also allen Staatsbürgern eines Landes, ausgehe. Es gelte das Prinzip der Gesamtrepräsentation. Die Abgeordneten vertreten das gesamte Volk. Zugespitzt formuliert, Sobald die Frage nach der angemessenen Repräsentation bestimmter Bevölkerungsgruppen im Parlament im Vordergrund steht, besteht die Gefahr, dass nicht mehr Inhalte, sondern Identitätsfragen bestimmend sind. Ob sich dieser Konflikt in dieser Schärfe stellt, kann sicherlich unterschiedlich beurteilt werden. Es hängt maßgeblich davon ab, für wie gravierend man den Eingriff in die Wahlrechtsgrundsätze beurteilt und ob man a priori Repräsentationsfragen als mit dem Demokratieprinzip überkreuzliegend einstuft. Zu guter Letzt werfen Paritätsgesetze die Frage auf, ob sie nicht zu geschlechtsbezogenen Diskriminierungen führen, weil Personen mit dem Personenstand divers in Thüringen für fast jeden Listenplatz kandidieren dürfen und ihnen in Brandenburg freisteht, sich auf jede der beiden Vorlisten zu bewerben. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof geht auf diese Frage nicht näher ein. Das Brandenburger Verfassungsgericht konstatiert hingegen eine intensive Ungleichbehandlung, da die Erfolgschancen der Personen mit dem Personenstand divers höher seien als die von Frauen und Männern. Dies wirft ein Schlaglicht auf ein grundsätzliches Problem, das mit der Anerkennung des sogenannten dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht verbunden ist. Die Verfassungen erlauben Maßnahmen zur faktischen Gleichstellung von Frauen. Für bestimmte Situationen legt der Gesetzgeber allgemein fest, dass Frauen besser behandelt werden. Gleichzeitig dürfen aber weder Männer noch Personen des dritten Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Während es dem Gesetzgeber also aufgegeben ist, Frauen zu fördern, müssen die Förderungen zumindest so ausgestaltet sein, dass Männer und Personen mit dem Personenstand divers gleichermaßen von ihnen betroffen sind. Dass dies durchaus kompliziert sein kann, zeigen paritätisch quotierte Wahllisten recht eindeutig. Denn der Gesetzgeber kann Personen des dritten Geschlechts nicht einfach durch die Einführung von geschlechterparitätischen Wahllisten von der Kandidatur auf einen Listenplatz ausschließen. Tut er dies, liegt eine evidente geschlechtsbezogene Diskriminierung vor. Er ermöglichte er aber auch Personen mit dem Personenstand divers eine Kandidatur, kommt es regelmäßig zu Verzerrungen, weil ihnen im Ergebnis bessere Wahlchancen zukommen als Frauen oder Männern. Wenn man also nicht von vornherein sagt, dass die Ungleichbehandlung aufgrund der geringen Zahl von Personen des dritten Geschlechts irrelevant ist, ist sie kaum zu rechtfertigen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!